Das, wo ich mich gefunden habe, das war natürlich das erste Album. Das Tempo ist ja atemberaubend einfach. Da, wo ich bin, wirkt das nicht so schnell. Ich fühle mich ein bisschen wie in einem Spielberg-Film gerade. Vor ein paar Jahren hat er auf der Donauinsel gespielt vor 20 Leuten und ein paar Jahre später spielt er vor 80.000 Leuten. Was bedeutet Liebe für dich? Dieser Satz, ohne Reibung entsteht keine Wärme und somit auch nichts Gutes, der stimmt auch einfach. Sagen dir Leute in deinem beruflichen Umfeld auch manchmal, dass es schwer ist mit dir zu arbeiten? Ja schon, ja. Das ganze Projekt ist gewachsen, aber er hat es angetrieben. Wenn ich live spiele und Leute da stehen, die das hören wollen, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. ARD Text im Auftrag des